Hallo und herzlich willkommen direkt wieder beim Part 3 mit der Stage 3. Ich mach einfach schnell weiter. Oh, den hätt ich auch saugen sollen. Scheiße. Egal. Passt schon. Das Schwert mag ich ja auch. Ich versuche hier so viel wie möglich einzusammeln, aber ich glaube hier lässt es schon nach. Hier habe ich glaube ich schon nicht mehr alle Sachen gefunden. Glaube ich. Bin mir nicht mehr so sicher. Gibt es hier noch was zu holen? Ich glaube außer den Sternen gibt es hier nichts mehr zu holen. Meine ich. Und hier. Ah. Den habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. So. Das hier habe ich zum Beispiel glaube ich bei, ich glaube auch Giga gesehen. Diesen Abschnitt. Glaube ich. Oder war das, oder war das ein anderes Spieleportal? Auf jeden Fall. Das habe ich von irgendeiner Spieleredaktion schon mal gesehen. Dieses, oh, dieses Level. So. Ach, ich kann ja rüberschweben einfach. Ein One-Up. Äh, sechs Sterne. Und... Oh. Oh. Shit. Ja, jetzt muss ich den Abschnitt glaube ich nochmal machen. Das müsste ja klappen. Das müsste ja klappen. Ah, klappt. Perfekt. Oh. Ach, hier gibt es ja gar nicht den Schlüssel. Ich dachte hier gibt es den Schlüssel drüben. Aber dann war es ja eh egal. Hä? Hä? Moment. Ach, hier. Oh. So. Äh, der Soundtrack ist okay. Finde ich internotypisch halt sehr stimmig. Sehr auf die C-Gruppe gerichtet. Hier ist das zweite Zahnrad. Das kann man halt noch zu viel spielen, aber... Erstens habe ich keine zweite Remote und zweitens habe ich keine Freunde. Aber ich versuch mal in den nächsten... Tagen mal jemanden herzuholen. Dann gebe ich mein Erspartes aus und kaufe mir einfach einen Freund. Ist ja auch nicht das Problem. Ich habe halt keine Freunde, aber Geld. Und ja. Und die in League of Legends, falls ihr das mitverfolgt, mit denen ich spiele, die kenne ich alle persönlich. Also auch in echt. Die wohnen hier alle um die Ecke. Also das ist nicht so, dass ich mit irgendwelchen zocke. Außer Frost... Frostwind? Nee, äh... Winterbringer. Der meldet sich aber auch nicht mehr. Komischerweise. Aber hey, ist ja auch egal. Den habe ich über das Let's Play Forum kennengelernt, aber der ist irgendwie nicht mehr... Der ist nicht mehr aktiv. So, jetzt muss ich mich echt beeilen. Komm schon. Ja. Oh, geil. Und jetzt? Das heißt also, beim letzten Mal habe ich nur... Nur ein Zahnrad gehabt. Und in diesem Mal habe ich alle drei. Nice. Ich bessere mich. Beim zweiten Mal zocken kann man das wohl schaffen, alles zu finden. Ah, schon wieder nur zwei. Schitte. Aber ich habe schon mal zwölf Leben. Das ist schon mal praktisch für die späteren Teile. Ich habe alles eingesammelt. Es ging schnell. Es waren sechs Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache direkt weiter mit dem nächsten Part. Das ist, glaube ich, besser für mich, besser für euch. Und dann kann ich auch die schnell uploaden. Ein Part sind vielleicht 150 MB, vielleicht 200, wenn es hochkommt. Und ja, wird auf jeden Fall sehr viel Nachschub kommen. Täglich, glaube ich, sogar, weil das Spiel ist... Ich freue mich bei dem Spiel. Das macht Spaß. Bis zum nächsten Mal.